Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Tutorial. Wie macht man eine PDA? Wir brauchen hier eine PDA von dieser vor alten Map, wo ich gebaut habe. Wir sind hier jetzt im Chinese Editor. Müssen wir aber noch nicht, weil wir müssen zuerst eine Sicherheitskopie machen. Das heißt hier kopieren, einen neuen Ordner erstellen. Vor alten PDA zum Beispiel. Dann hier einfügen und dann haben wir jetzt eine Sicherheitskopie. Nicht, dass wir die Original Map ändern. Hier ist die Original Map und jetzt müssen wir hier in die PDA Map. Also vor allem PDA Ordner. Ja, jetzt haben wir hier die i3D. Die müssen wir uns jetzt bearbeiten. Jetzt habe ich auch hier einen Fehler gemacht. Ich muss das nämlich jetzt hier, wir müssen das jetzt öffnen. Im Texteditor oder so was. Ich mache das ja mit meinem DS-Pad. Ein wunderbares, schönes Tool. Und jetzt öffne ich meinen Ordner, wo ich die ganzen Dinger gespeichert habe. Hier. PDA erstellen, den öffne ich jetzt mit etwas anderem. Das ist das hier. Ich mache das immer größer, dass du abgucken kannst. Hier, das ist eigentlich die Abkürzung vom Ganzen. Äh, ja, das ist das Neue hier. Das war alt. Also das war vom 17er eigentlich noch. Und das muss man immer noch machen. Und zusätzlich muss man jetzt noch eins dazu machen. Da sieht man nämlich, das ist dann für die Bäume und Gebäude. So. Wir müssen als erstes mal hier das kopieren. Unsere Map öffnen. Suchen, ersetzen. Groß-Kleinschreibung. Regulärer, äh, den muss man anklicken. Und dann hier einfügen. Jetzt müssen wir wechseln und ersetzen durch, ne. Durch diese Sache. Wir klicken auf OK. Und das dauert meistens so. Je nach Map-Größe dauert das ein bisschen, ne. Und das macht gar nichts. Das ist eigentlich OK. Das ist jetzt nicht schlimm gewesen. Dass er das sagt. Sollte er eigentlich nicht machen, aber... Macht er manchmal, ne. Die Sau. So, jetzt müssen wir das hier auch noch machen, hier. Und dann hier wieder schedarten. Das macht auch nichts. Muss gehen. Ich hab's nämlich schon mal gemacht. Und das geht. Schon wieder suchen, ersetzen. Hier. Und den letzten auch. So, hier draufklicken, einfügen. Und wieder schedarten. Dann speichern wir das Ganze. Jetzt hat er auf der ganzen Map hier die Clip-Distanz auf extrem hoch gestellt. Auf der ganzen Map. Egal was drinsteht. Jetzt können wir das wieder zumachen. Oder soll ich noch... Nö, du kannst eine Pause machen, ne. Das werde ich wahrscheinlich dann eh unten reinschreiben. Ähm, ja. Den brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr hier. Jetzt haben wir hier unsere Voralpen-PDA-Map. Jetzt müssen wir die öffnen. Das dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen. Das dauert... Jetzt dauert es natürlich... Jetzt... Hau ab. Jetzt ruckelt das etwas. So. Jetzt haben wir hier, wenn du das nicht drin hast. Ich hab natürlich immer eine PDA-Kamera drin. Wir können uns auch eine eigene PDA-Kamera machen. Das heißt ja, Create Camera. Dann müssen wir... Warte, ich mach noch ein bisschen kleine hier. So. Y auf 2000. Äh... Den auf minus 90. Dann können wir uns das von oben angucken. Das ist die richtige Größe. Was... Wie ich jetzt noch hier ein Problem hab... Ist... Ähm... Jetzt muss ich hier nochmal auf Normal umstellen. Weil... Ich auf einem Eck... Nicht auf Null gemacht hab. Das heißt... Ich muss jetzt hier... Glätten. Na, ich hab gesagt, glätten du es wein. Dann... So. Jetzt muss ich das hier im Eck... Muss ich, äh... Eine gerade Fläche haben. Sonst kann ich nachher nicht... Schön abmessen. Sonst wird nämlich die PDA ziemlich in Flasche scheiße, ne? So. Hier ist normal gut. Dass man das... Im... Editor... Im Text... Also beim... Beim Painten dann besser hat. Da muss größer... Wir haben ja genug Platz hier, ne? So. Hier auf der anderen Seite auch noch. Da hab ich nämlich, glaub ich, hier ein bisschen wenig. So. Und jetzt können wir wieder umstellen. Ach, das sieht ja aus hier, du. Das sieht ja keiner. Ist normal sowas. View... Dann... Nehmen wir halt... Ich heiße egal welche PDA-Kamera. Jetzt haben wir hier unsere schönen Ecken. Ja, jetzt haben wir das hier so, ne? Und, ähm... Man sieht sogar die Straße. Jetzt, ne? Das ist auch nicht schlecht. Man sieht die Straße, die Ding und die Gebäude und hier ein Gebäude und hier ein Gebäude. Alles sieht man. Gut. In diesem Zustand machen wir das, was viele in Facebook nicht können. Nämlich die Drucktaste drücken. Bei mir heißt sie Print Screen, ne? Englisch. Äh... Print Screen gedrückt. Passiert gar nichts, ne? Und jetzt öffnen wir... Äh... Nö. Noch nicht. Haha. Wir können nämlich jetzt hier direkt die PDA Map H öffnen. Dann haben wir uns hier unsere PDA. Ich mach das jetzt hier drin. Ich hab das eben schon mal gemacht. Aber da... 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 Da stimmt ja irgendwas nicht. Deshalb... Tue ich jetzt das ausblenden. Dann tue ich das jetzt beibehalten hier, ne? Dann hier rein. Dann drücke ich die SDG und D. Dann ist sie nicht mehr markiert. Dann wählen wir hier Markieren aus. Und wir setzen ganz genau... Sollten eigentlich ganz genau ansetzen. Weil sonst stimmt das nämlich. Ein Millimeter ist glaube ich irgendwie so zwei Meter Unterschied im Spiel. Ctrl C, also SDG C drücken. Eine neue Ebene erstellen. Die alte Ebene können wir ausblenden. Du dumme Sau. Jetzt. Ich hab gesagt, eine neue Ebene. Gut. Scheißegal. So, jetzt haben wir hier die PDA. Die müssen wir jetzt hier ganz genau einpassen. Machst du zweimal Fehler, hast du zweimal Meter verschoben, ne? Und jetzt ziehen wir das Ganze hier runter. Das wäre ja echt schön gewesen, wenn das die Chines hier automatisch machen könnte. Ich glaube aber, das ist ein Problem. Das ist scheiße. Da muss man so ein bisschen rechts. Mach mal ein bisschen näher hier, ne? Kann man ja auch machen. Mit SDG und Maus scrollen. Scrolli. So, jetzt haben wir hier unsere PDA drin. Die können wir natürlich ein bisschen auffrischen mit. Pfff. Keine Ahnung. Mit Mählichkeit vielleicht ein bisschen, ne? Dass es ein bisschen mehr Farbe kriegt hier, ne? Ah, das sieht doch gut aus hier. Guck. Das ist ein bisschen zu viel. Das ist schon, muss schon ein bisschen hier eine Farbe kriegen. So, ich möchte ja jetzt hier nicht, dass alles gezeigt wird. Dann nehme ich hier diesen Gummi in diesem Pinsel. Also den Gummi, ja. Und dann cleare ich hier einfach mal das aus, was man nicht braucht. Das muss hier alles weg. Jetzt haben wir den Dings ein bisschen zu groß hier, ne? Der muss jetzt ein bisschen kleiner hier. Ah, kleiner habe ich gesagt hier. Kleiner. Hier kann man nicht durch. Das sollte man natürlich als Mapper wissen, wo man hier eigentlich hier drüber kommt oder wo nicht. Hier unten ist auch nix. So. Jetzt haben wir uns hier das Ding gemacht hier, ne? Jetzt können wir eine neue Ebene machen. Oh, wir haben was vergessen. Da links unten ist noch ein kleiner Pinsel da. So, jetzt haben wir eine neue Ebene gemacht. Da klickt man nämlich drauf. Und dann schreiben wir einfach mal, was wir benötigen. Schrift lassen wir gleich so. Das hier unten ist H1. Das ist nämlich der Hof 1. Dann haben wir hier oben den Hof 2. Das ist Hof 3. Und das da oben ist der Hof 4. So. Und man sieht auch ganz gut jetzt auch die Straßen. Das hat er letztes Mal gar nicht gemacht. Aber jetzt sieht man es, ne? Ist ja auch besser. Man kann es natürlich auch noch nachpinseln, wenn man möchte. Aber die Kleinstraßen, die Weltstraßen sieht man eigentlich relativ gut. So, auch das Wasser sieht man, das ist gut. Hier die Bäume sieht man. Ja, haben wir es eigentlich gemacht hier oben. Ach gut, das lassen wir jetzt da, ne? So, jetzt hätte ich eigentlich gerne noch hier das andere drin. Muss ich mein, äh, äh, altes öffnen hier. Wo haben wir denn hier den? Das war die alte Piliere. Aber es war nämlich die Straße nicht da. Da habe ich doch schön hier alles aufgeschrieben, was hier benötigt wird. Wegen, äh, Felder, ne? Also das ist der alte. Das ist der neue. Da habe ich keinen Scheiß gemacht. Ist gut. Äh, ja, was müssen wir noch beschreiben? Eigentlich gar nichts, ne? Wir müssen eigentlich gar nichts beschreiben. Jo, dann haben wir es eigentlich. Und da können wir sagen, speichern, äh, das stimmt und das stimmt nicht. Vor allem PDA ist gut. Speichern, ja, überschreiben, etx5, bla bla bla. Und, ok, drücken, zusammenfassen, ist auch ok. Und jetzt haben wir uns unsere PDA gemacht. Jetzt haben wir natürlich das im anderen drin. Man kann es ja natürlich direkt bei der anderen machen. Bei der Original-Map. Aber man kann es ja auch kopieren. Das ist jetzt nicht, äh, die Welt. Hier ein Fügen, Überschreiben oder Ersetzen. Ja. Dann können wir uns hier den Editor auch schließen. Den brauchen wir eigentlich schon lange nicht mehr. Ja, jetzt haben wir natürlich hier bei unserer normalen Map eine schöne PDA. Okay. Geben. Und im Spiel drin müsste es eigentlich dann hier. Müsst man doch, äh, ja, kopieren, äh, Dings. Ja, eh. Ja, zippen. Das Ganze. Und dann rüber in den Mod-Ordner natürlich wie immer. Ja, kopieren ist gut. Ersetzen ist auch gut. Dann starten wir mal das Spiel, wenn das eigentlich funktionieren müsste. Das müsste eigentlich funktionieren, dass du das siehst. Ich hoff's mal, ne? Und dann starten wir einfach mal eine bestehende Map, wo ich, ähm, hier schon angefangen habe. Das müsste eigentlich, äh, ersetzt werden. Das ist ja nicht im Safe-Game drin, ne? So, jetzt gucken wir hier im, auf der Map. Und drücken Escape. Und das ist schon wieder verschoben. Ich hab keine, keine Plane. Ne? Weil die meisten stimmen ja hier, ne? Vom Ding her. Aber nur, wieso das ist ja da oben so. Das ist wegen der Höhe. Weil das auf dem Berg ist. He, 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 he. Da kann ich aber nix für, du. Da kann ich echt nix für. Das ist, weil er höher ist. Das liegt nämlich an der Schräge hier. He, der ist gut. Der ist echt gut. Weil er auch in der Fläche unten, hier zum Beispiel, dieses Feld hier, der ist optimal. Und das Feld auch hier, der 23. He, he, ja, der ist gut, ne? Der ist echt gut. Ja, du, kann man nix machen, ne? Scheinst du nicht so hier, ne? Gut. Ja, dann können wir hier wieder raus. Wie gehen wir, machen wir das hier? Exit schreiben und raus damit. So. PDA gemacht. Mehr oder weniger erfolgreich, ne? Nein, es geht schon. So machen wir eigentlich ne PDA. So, dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann nächstes Mal gucken wir mal, äh, Dings an hier. Ne, Splines, ne? Okay. Ich sag tschüss. Bis dann.